Hi Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Wir haben mal wieder ein neues Voice-Over für euch. Hier geht es jetzt um etwas ganz, ganz besonders Spannendes, was uns gezeigt wurde während der CitizenCon-Präsentation 2016 in Los Angeles. Hier wird uns jetzt Sean Tracy, ein wichtiger Developer in der Star Citizen-Gemeinschaft dort in L.A., zeigen, wie sie die Planetary Technology einsetzen und wie sie den Editor dafür nutzen. Er hat also einen Kollegen mitgebracht und beide sitzen jetzt gemeinsam zusammen auf der Bühne an dem sogenannten Spacebox-Editor. So heißt das Tool, was im Grunde genommen dafür verwendet wird. Die Systeme, aber auch die Planeten und die Stationen und alles, was eigentlich das Star Citizen-Gaming-Universum ausmachen wird, zu programmieren. Das bedeutet, hier werden alle Arbeiten zusammengefasst, die sonst auch im Einzelnen entstehen, vom Design-Team und Ähnlichem. Hier werden sie dann angelegt und insbesondere wichtig für uns ist jetzt die Demonstration der Planetentechnologie, die wir dort finden können. Dafür zeigt er uns jetzt diesen Planeten und er sagt als erstes, die CryEngine wurde selbst extrem verändert. Und die extremste oder wichtigste Änderung, die sie an der CryEngine brauchten, um sie zur Star Engine für Star Citizen zu machen, war die, dass sie nicht mehr flaches Terrain, sondern sphärisches Terrain, also Terrain in einer Kugelform darstellen muss. Deshalb ist es nur möglich, dass man eben jetzt diesen nahtlosen Übergang hat vom Weltraum auf den Planeten, dass hier wirklich das Terrain auch wie ein echter Horizont dargestellt wird. Und darum war die größte Anpassung eben, dass das Terrain insgesamt sphärisch berechnet werden kann. Nicht nur das aber, es musste auch ein gigantisches Ausmaß bekommen, deshalb auch die Erweiterung dann, die nötig war auf 64 Bit. Denn ursprünglich waren in der CryEngine nur Maps von der Größe von 8x8 Kilometern vorgesehen und die dann eben auch noch flach. Also das musste eben verändert werden. Ja, und was hier an der Demo und an der vorherigen Demo, die wir Live-Demo, die wir vom Gameplay gesehen haben, auf der CitizenCon noch wichtig ist, alles ist tatsächlich eine Runtime-Simulation. Das heißt, hier ist alles in Echtzeit berechnet. Der Frame-Counter oben in der Ecke sagt es aus. Und ansonsten eben auch während der Demo hat man den Frame-Counter da gesehen. Das heißt, wir haben hier, obwohl wir eine sehr hohe Detaildichte haben, sowohl im kleinen wie auch im großen Maßstab, tatsächlich sehr, sehr hohe Frame-Raten. Ja, und der nahtlose Übergang vom Planeten bis auf den untersten Grund bis auf den Boden ist eben etwas auch, das haben wir so noch nicht gesehen. Und ja, es gibt keine künstlichen Einschränkungen der Sichtweise, der Sichtweite, Verzeihung, also nur die Atmosphäre selbst, die Berge, Tag und Nacht regulieren, wie weit man gucken kann. Nicht künstlich die Engine, weil einfach das Bild dort endet. Ja, und wenn man sich das jetzt anschaut, dann ist es halt sehr, sehr wichtig, den Maßstab nicht aus den Augen zu verlieren. Das passiert als Designer relativ schnell. Deshalb haben sie eine kleine Figur dorthin gesetzt und um eben das Verhältnis vom Mikro- zu Makrokosmos zu zeigen und eben etwas dem Gottkomplex vorzubeugen, den er selber hier benennt. Denn auch das, was sie jetzt als nächstes tun, trägt durchaus dazu bei. Und das ist tatsächlich die Arbeit an der prozeduralen Generierung dieser Assets. Das bedeutet, der Künstler selbst, der kann hier selber selbst steuern, wie das Terrain aussehen soll, wie sich das ineinander fügt und dann wird es von der Engine prozedural berechnet. Das ist also ein Zwei-Schritt-System, was hier sehr extrem erfolgreich angewendet wird. Da geht es tatsächlich darum, dass die Artists immer kontrollieren können, sieht es ordentlich aus, passt es zueinander, passt es insgesamt zur Lore, zum Planeten und dann nimmt ihnen sozusagen die Engine einen Teil von der Arbeit ab und macht es überhaupt nur Livestreaming möglich. Das bedeutet so, dass wir das eben auch wirklich in Echtzeit berechnet sehen und es leistbar ist mit dem technischen Hintergrund. Dafür ganz, ganz wichtig und entscheidend ist das Ökosystem-Tool, was sie benutzen für die in diesem planetaren Generierungsprozess. Dieses Tool repräsentiert quasi in einzelnen Kacheln oder Flecken verschiedenste Gaming-Landschaften, auch Landschaften, die man bereits kennt, wo man sich schon versichern kann, dass man so bestimmte Wüstenlandschaften, bestimmte Berglandschaften und ähnliches schon grundsätzlich voneinander unterscheiden kann und sie erkennen kann. Und diese Flecken, wie wir sie hier auch sehen, werden dann bei der Anwendung ganz verschiedene Einflüsse haben auf die Vegetation an sich. Das bedeutet, hiermit werden Berge und Täler, eben Vegetation wird gesetzt, Wüsten werden gesetzt und angelegt, aber man kann auch so Feinheiten darstellen wie Erosion zum Beispiel oder eben Bäume, ganze Vegetationsstufen. All diese Dinge werden mit diesem Tool eingesetzt und aufeinander abgestimmt, denn wann immer so ein Fleck gesetzt wird, ist es tatsächlich so, dass die anderen Flecke drumherum sich auch verändern. Ja, und das heißt, ein Planet besteht aus tausenden von diesen Flecken, Grids oder Kacheln, wie man sie nennen möchte und diese ergeben dann ein Ökosystem innerhalb einem Planeten und zwar klein und großflächig. Ja, und wenn wir jetzt zum Bauen schon kommen, dort sind die beiden jetzt dabei, einen kleinen Stützpunkt aufzubauen, aber erstmal gestalten sie das Terrain und das erste, was er gemacht hat, war Wasser anzulegen und bei dem Wasser anlegen kann man direkt sagen, da mussten sie auch die CryEngine komplett für überarbeiten, denn auch hier musste das Anlegen von Seen, Flüssen und Meeren, Ozeanen tatsächlich auf die sphärische Form der Map angepasst werden, aber das ist ihnen inzwischen ganz gut gelungen. Ja, und was er jetzt gesetzt hat, das ist ein sogenannter Object Container. Dieser enthält hier in dem Fall die Station, den Tower von Homestead, den wir da in der Demo gesehen haben. Der kann aber ganz verschiedene Dinge enthalten. Der kann also nicht nur Objekte und Vegetationen, bestimmte Tiere oder Flora, Fauna, alles mögliche enthalten, sondern auch Skripte, ganze Skripte können darin untergebracht werden, Lichtstimmungen, all das, Partikeleffekte, all das können diese Object Container machen und das ist eben nicht nur für Planeten wichtig, sondern insbesondere auch für die Schiffe, denn im Grunde besteht jedes Schiff dann irgendwann aus einer ganzen Menge von Object Containern, die dann wiederum ermöglichen, dass man sie alle einzeln ansteuern kann und hier viele Ebenen und Level übereinander gelegt werden. Ja, und jetzt stattet er diese Station noch aus, er hat Vegetation hinzugefügt, Bäume, hier sieht man, wie er dann Steine und ähnliches Geröll in den Weg legt oder zupackt und das dann eben auch noch im Detail editieren kann, zusätzliche Funkmasten kann man setzen, man sieht schon, es ist ein sehr, sehr klassischer Editor, wie man ihn auch kennt, nur eben auf einem extrem hohen grafischen Niveau jetzt schon. Das bedeutet, jeder, der schon mal so ein Mapping-Tool für irgendein anderes Spiel in der Hand hatte, weiß im Grunde genommen, worum es geht, aber hier ist es natürlich zu einer Perfektion gebracht, damit man wirklich anfangen kann, die Dinge einzeln einzusetzen. Zum Beispiel eben nicht nur Gebäude, die werden aktuell noch einzeln gesetzt, da kann man jetzt noch nichts machen, das sagte extra dazu, dass diese jetzt in Massen so passend angelegt werden, dass man eben tatsächlich hier große Flächen auf einmal damit füllen kann. Da arbeiten sie aber dran, da wollen sie sicherlich noch hin und ja, auch Tiere oder ähnliches können gesetzt werden. Hier probieren wir es und wir sehen diese kleine Krabbe, die dort jetzt eingesetzt wird und ja, zu irgendwann die beiden Developer hier sie sogar zu einer ganzen Familie von Krabben machen. Das kann man eben, wie man sieht, auch direkt als Asset einsetzen, ist auch einer dieser Object-Container und wie man dann im Bild gleich auch sehen wird, wenn er hier die Papa-Krabbe setzt, dann ist es tatsächlich so, dass man sie auch beliebig groß machen kann. Das bedeutet, alle Monster-Fans unter uns, ja, Spielern und Gamern werden sicherlich auch auf ihre Kosten kommen können. Ja, tatsächlich werden die Tools sonst im Detail nicht genau gezeigt, also wie sie aufgebaut sind und wie die Tools, um jetzt diese Object-Container miteinander zu verbinden, heißen, um die verschiedenen Vegetationsstufen zu setzen, das sagen sie nicht, denn da steckt die meiste Arbeit drin, das ist quasi das Betriebsgeheimnis und hier sagen sie, ja, die halten sie quasi aus dem Bildraum, das ist volle Absicht, sondern man sieht hier an der Stelle nur das Ergebnis, was man damit erwirken kann tatsächlich. Und ja, damit sieht man, dass so eine kleine Location, wie wir sie jetzt haben, innerhalb von ein paar Minuten von einem Künstler gebaut werden kann. Sicherlich ist sie noch nicht perfekt, sie bräuchte noch mehrere Überarbeitungen, um sie Shipping-ready zu machen, wobei der Designer, der da gerade ausführend ist, da gleich ein bisschen beleidigt drauf ist, aber tatsächlich ist es so, dass man das natürlich noch ein paar Mal überarbeiten und genau reviewen müsste, ob es wirklich zusammenpasst, aber tatsächlich ist es so, dass es möglich ist, schon grundsätzlich so etwas in ein paar Minuten zu machen, sodass ein ganzer Planet tatsächlich gar nicht so viel, so lange Arbeitsstunden braucht, wie man es vielleicht sonst denken könnte und dadurch ist es eben auch möglich, ein Universum wie Star Citizen es hat, doch sehr individuell und cool zu füllen mit ganz, ganz verschiedenen Inhalten und das in einem guten Zeitrahmen. Was sie jetzt tun, ist ein weiteres Feature von diesem Tool aus zu nutzen, nämlich, dass man hier einen direkten Übergang hat, der Designer und Developer hat einen direkten Übergang ins echte Spiel. Das heißt, ohne jetzt nochmal das Spiel zu laden und irgendwo hinzuwechseln und das andere liegen zu lassen, kann er direkt in das Gameplay wechseln und kann also ausprobieren, was er gerade dort gebaut hat. Er kann es sich anschauen und er kann es testen und das führen sie uns hier gerade vor. Und unter anderem wollen sie uns insbesondere vorführen, dass es sich hier wirklich nicht um eine Skybox handelt, wie man sie normalerweise kennt. Jeder Stern dort hinten ist tatsächlich ein echter Stern, den es da gibt und darum fliegen sie jetzt auch gerade direkt einfach zum nächsten Planeten, von einem zum anderen, um zu zeigen, dass es eben nicht ein simuliertes Objekt ist, sondern dass man tatsächlich nahtlos von der Planetenoberfläche nach dem Start zu dem nächsten Himmelskörper aufbrechen kann, den man dann in der Sichtlinie hat. Dieser sieht auch völlig anders aus, ist ganz klar so eine Art Lava-Gesteinsplanet mit einer unglaublich dichten und sehr partikellastigen Atmosphäre, in der sich das Sonnenlicht sehr genau bricht. Hier ist auch wirklich zu bemerken, dass es sich hier um eine Einzigartigkeit bei Spielen insbesondere handelt, denn hier ist die Sonne nicht simuliert, sondern sie ist tatsächlich das Zentrum des ganzen Planetensystems, in dem sich jeder einzelne Planet dreht. Das bedeutet, das Licht, was von der Sonne ausgeht, wird tatsächlich Echtzeit berechnet und durch die verschiedenen Lagen der Landezonen und Planeten an sich, die dadurch einen Tag-Nacht-Zyklus wirklich realistisch simuliert erhalten, wird es dann in der Atmosphäre gebrochen und ergibt eben ganz unterschiedliche Lichtstimmungen, wie hier in diesem Drecksplaneten, wenn man so möchte, so nennen ihn die Designer selbst, wo es nämlich wirklich schwer ums Mining geht, wie man hier schon sieht. Und das ist eben auch ein ganz, ganz spannendes Feature davon, dass wenn sie den Planeten erst mal erschaffen haben, dann und mit der Vorarbeit, die sie jetzt geleistet haben, ist es so, dass er relativ automatisiert diese ganzen Lichtprozesse vornimmt und die Engine das sozusagen dann mit Prozedural auch hilft. Ja, und hiermit endet dann sozusagen auch diese Gameplay-Demo mit einem Schluss, wie ich selber nur vermuten kann, dass er eigentlich zur gewollten Squadron 42-Demo führen würde, denn hier war gerade Mark Hamill im Bild, Old Man Colton, der uns jetzt hier zu einer Idris führt mit dieser Gladius, die wir haben. Die Idris nur noch ganz, ganz kurz im Bild und dann endet die Präsentation auch schon. Aber warten wir mal ab, sind wir mal gespannt, wie es da weitergeht. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuhören, es war eine sehr, sehr spannende Episode und wir sehen uns bald auf dem Crash Academy Channel. See you on the Flight Deck. Sawyer. They want me to get off, I know it. I'm so sorry.